Wenn euch das Thema Lochreihen und Topfbinder interessiert, dann solltet ihr dranbleiben, denn in den nächsten Minuten zeige ich euch mein System 32. Es gibt zum Bohren von Lochreihen und Topfscharnieren jede Menge Systeme am Markt. Zum Beispiel für die Oberfräse, das ist ein System von Bosch, das funktioniert hervorragend, gar keine Frage. Ich hatte auch bereits das System von Festool, das LR32, auch das funktioniert erstmal, aber mit der Zeit wurde mir das alles zu kompliziert. Man muss immer die Oberfräse einrichten, die Schienen, das ist eine kurze Schiene, sind recht sperrig, das ist bei kleinen Schränken sehr störend, da muss man erst schauen, wie kriegt man die große Schiene, den Adapter alles auf einer kleinen Schrankseite oder einer Tür unter. Das ist mir alles zu kompliziert. Ich habe seit zwölf Jahren diese Wolfkraft Dübelleiste, die setze ich auch in meinen Kursen ein. Ich habe einige Kurse, in denen doch reingebohrt werden. Dieses Teil kostet etwa 40 Euro, man kann damit auch Dübelverbindungen machen, ich nutze es in erster Linie für Lochreihen. Es funktioniert hervorragend und wie ihr seht, es hat bei mir schon gelitten, da diese Schablone bei mir schon seit zwölf Jahren im Einsatz ist. Also keine neue Schablone, die mir irgendwie gesponsert wurde oder so, ich verwende sie seit zwölf Jahren und dementsprechend sieht sie auch aus. Und damit mache ich fast alle meine Lochreihen. Das funktioniert ganz simpel, es ist einfach in der Handhabung, ihr müsst nur einen Bohrer in die Bohrmaschine einspannen, eure Schablone positionieren und los geht's. Ihr könnt damit unendlich lange Lochreihen bohren, zeige ich euch gleich. Bisher konnte ich jede Lochreihe, die ich gebraucht habe, mit dieser einfachen Schablone machen. Die Rüstzeiten sind verschwindend gering, ihr müsst keine Oberfräse rüsten, keinen Adapter vorbereiten, nichts. Ganz simpel. Dann nehme ich zum Übertragen der Lochposition auf die Tür zum Bohren der Topfbänder entweder diese einfachen Schablonen von Hettich oder neuerdings sehr gerne eine Schablone von Blum, auch ein interessantes Teil. Wunderbar, ganz einfach in der Handhabung, günstig in der Anschaffung. Für die Topfbänder selbst habe ich auch vieles ausprobiert. Ich verlinke euch da zum Beispiel einen Artikel, wo ich euch zeige, wie ihr mit der Oberfräse Topfbänder einsetzen könnt. Das hat gewisse Vorteile, ist auch alles im Artikel beschrieben. Seit einiger Zeit nehme ich die Schablone von Gregg. Die kommt mit Bohrer zusammen für etwa 35 Euro. Super Preis für das Teil, wenn man berücksichtigt, dass ein Hartmetall bestückter Bohrer dabei ist. Wenn ihr den noch kaufen müsst, wird es natürlich teuer, aber hier ist alles dabei. Jetzt zeige ich euch gleich. Super System zum Einsetzen der Topfbänder für diese 35 mm Bohrung. Und dann habe ich alles aufgezählt, was ich zum Bohren von Lochreihen und Topfbändern brauche. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt natürlich. Zuerst spannt ihr euch eure Seitenwand fest. Ich zeige euch das hier an Reststücken, da ich alle Schränke, die zu bauen sind, diese Woche fertig bekommen habe. Zumindest was die Lochreihen angeht. Ich habe also keinen Schrank, an dem ich euch das zeigen kann, aber das spielt keine Rolle. Ein Reststück tut es auch. Für die Lochreihen-Schablone gibt es Endanschläge. Ihr müsst ja die Lochreihen alle in die gleiche Höhe bringen. Ob ihr diesen Endanschlag oben an der Schrankseite anlegt oder unten, spielt keine Rolle. Hauptsache die Lochreihen sind auf der gleichen Höhe. Die Vorderkante hier gibt euch den Abstand von 37 mm zum Lochmittelpunkt. Das ist ein Standardmaß, das braucht ihr für Topfscharniere und für Schubladen. Es gibt eine Ausnahme, das sind innenliegende Türen. Da müsst ihr noch die Stärke eurer Tür oder Schubladenfront dazu rechnen. Zum Thema Topfscharniere habe ich euch ein Video verlinkt, das ich für die Holzwerke gemacht habe. Da erkläre ich auch einiges zum Thema Topfbänder und Lochabstände. Könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Ich band das bündig. Wenn ihr diese Lochreihe für Einlegeböden und für Topfscharniere benutzt, kommt es hier nicht auf einen Zehntel Millimeter, noch nicht mal auf einen Millimeter an. Ihr könnt ja alles noch mal verstellen und den Einlegeböden ist egal, ob diese Loch einen Millimeter weiter vorne oder hinten sitzt. Jetzt müsst ihr euch natürlich überlegen, wo ihr Löcher bohrt. Und wenn ihr mehrere Seiten bohrt, hat man da schnell mal ein Loch zu viel, ein Loch zu wenig, ein Loch an der falschen Stelle. Ich habe mir angewöhnt, auf die Schablone ein Klebeband aufzuziehen. Am besten ein PVC-Band. Das geht auch gut wieder runter. Und jetzt überlege ich mir, wo brauche ich Bohrungen. Da werden zunächst einmal zwei Löcher für die Scharniere. Einmal unten und hier einmal oben. Dann möchte ich noch drei Löcher für Einlegeböden bohren oder vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das sind zehn Löcher. Wenn ich jeweils drei Löcher freilasse, ergibt sich das, dass noch vier Löcher in der Mitte bleiben, die ich bohren kann. Ich brauche ja nicht alle Löcher. Ihr könnt natürlich auch eine komplett durchgehende Lochreihe bohren. Das ist vollkommen egal, das ist euch überlassen. Auf jeden Fall könnt ihr euch auf diese Weise genau markieren, was ihr bohren wollt und wo. Jetzt habt ihr hier diesen Schlitten, nenne ich das mal, der rastet hier ein. Dann könnt ihr bohren, zieht den Hebel hoch, er rastet wieder ein, bohrt das nächste Loch. Ihr müsst diese Bohrbuchse hier nicht jedes Mal festziehen. Beim Dübeln ja, bei den Lochreihen ist es nicht notwendig. Das Ganze sollte nicht zu locker sein. Und dann arbeitet ihr euch Loch für Loch an eurer Schablone entlang. Achtet darauf, dass ihr in die richtige Richtung bohrt, denn es bleibt Krümel im Loch zurück. Und je nachdem in welche Richtung ihr bohrt, habt ihr die Krümel im Loch und wollt diesen Bolzen einstecken, geht nicht. Bohrt also immer so, dass ihr den Bolzen einstecken könnt, ohne dass er von irgendwelchen Spänen behindert wird. Dann braucht ihr natürlich einen Bohrer, das Standardmaß sind 5 mm. Bei dieser Schablone sind Tiefenstops dabei, die könnt ihr gedroht vergessen. Die rutschen sehr schnell und dann bohrt ihr durch. Nehmt euch einfach einen Holzklotz, bohrt ein Loch durch, Bohrer durch und dann setzt ihr den Bohrer in die Maschine ein. Akkuschrauber oder Bohrmaschine. Und je nachdem wie tief ihr nun den Bohrer einspannt, reguliert ihr eure Bohrtiefe. Und hier kann nichts verrutschen. Der Klotz sitzt auf dem Bohrfutter auf. Er kann niemals tiefer gehen, ihr könnt niemals durchbohren. In der Regel braucht ihr eine Bohrtiefe von etwa 12 bis 14 mm. Das stellt ihr euch hier ein. Wie gesagt, über die Einspannlänge des Bohrers im Bohrfutter. Und dann kann es schon losgehen. Ihr könnt schon bohren. Nehmt eine Maschine mit hoher Drehzahl, eine kleine Bohrmaschine oder einen Akkuschrauber mit hoher Drehzahl. Lass den Bohrer erst auf die volle Drehzahl kommen und dann geht ihr ins Holz hinein. Das gibt die saubersten Löcher. mit der Wanderschlüssel, eine Maschine mit hoher Drehzahl. Fertig ist die Lochreihe. Zwei Positionen für die Montageplatten der Topfbänder und noch ein paar Löcher für die Einlegeböden. Und vor allem, wenn ihr die Einlegeböden öfter mal umsteckt und habt furnierte oder beschichtete Platten, brechen diese Löcher gerne aus. Ihr zieht den Bodenträger raus, ein paar Holzfasern kommen mit. Nehmt euch einen Senker, der normalerweise für die Bohrmaschine gedacht ist, setzt den in diese Löcher und dreht diesen Senker zwei, dreimal von Hand. Dann habt ihr eine ganz kleine Faser an euren Löchern und wenn ihr dann den Bodenträger rauszieht oder die Schrauben von euren Topfbändern nochmal demontiert, dann reißt euch dieses Loch nicht aus. Die restlichen Fransen sind noch schnell mit einem Schleifklotz weggemacht und fertig ist eure Lochreihe. Wenn ihr jetzt längere Lochreihen mit dieser Schablone machen wollt, ist das auch kein Problem. Dann demontiert ihr den Anschlag, nehmt euch einen zweiten 5 mm Bohrer, steckt den Bohrer durch die Bohrhülse und fädelt diesen Bohrer in das letzte Loch ein. Dann habt ihr wieder exakt den Abstand der Löcher und könnt unendlich lange Lochreihen bohren. Das funktioniert wirklich prima. Jetzt braucht man vielleicht nicht immer eine Lochreihe, aber man möchte Topfbänder verwenden und dafür gibt es diese Schablone hier von Bloom. Ich verlinke euch die. Ich versuche immer direkt zum Hersteller zu verlinken. Gelingt mir das nicht, weil die Hersteller entsprechende Infos nicht auf ihrer Webseite haben, dann verlinke ich euch einen Händler, wo ihr das kaufen könnt. Diese Schablone hat ihr einen kleinen Dorn, die verhindert, dass sie verrutscht. Ihr zeichnet euch den Mittelpunkt eures Scharnieres an. Dann legt ihr die Schablone an, dann spannt ihr euch den 5 mm Bohrer ein, der dabei ist. Tiefenstopp ist auch dabei, stellt ihr euch alles ein und dann bohrt ihr das erste Loch. Jetzt dreht ihr die Schablone um, dieser kleine Zapfen greift in das zuvor gebohrte Loch und ihr bohrt das zweite Loch. Jetzt habt ihr die Bohrung für eure Montageplatten. Der Abstand beträgt genau 37 mm, also genau so wie es sein soll. Jetzt habt ihr eure Lochreihe oder eure Bohrpunkte für die Montageplatten. Jetzt möchtet ihr natürlich diese Position auf eure Tür übertragen, damit ihr die 35 mm Löcher für die Topfbänder machen könnt. Dafür gibt es zwei Schablonen, mit denen das funktioniert. Einmal die eben gezeigte Schablone von Blum, die steckt ihr auf. Markiert euch hier die Mitte. Das macht ihr natürlich an beiden Positionen. Das übertragt ihr euch von der Kante auf die Fläche. Legt eure Tür an die Seitenwand oder euren fertigen Korpus, ganz egal. Und jetzt übertragt ihr diese Positionen auf eure Tür. Das wäre Variante 1. Die zweite Variante funktioniert mit diesen Ankörn-Schablonen von Hettich. Auch die verlinke ich euch. Für jedes Topfband eine Schablone. Die Teile kosten zwischen 1,30 Euro und 4 Euro, je nachdem wo man sie kauft. Dann legt ihr eure Tür an. Und hier habt ihr nun genau den Mittelpunkt eurer 35 mm Bohrung. Dort nehmt ihr einen Zentrierbohrer, auch ein Teil, was ich euch nur wärmstens ans Herz legen kann. Ich verlinke euch da was dazu. Schaut also immer mal in die Videobeschreibung. Da werdet ihr immer wichtige Infos zu ergänzendem Material finden. Jetzt habt ihr genau den Mittelpunkt für euer 35 mm Loch. 1, 2. Hier könnt ihr jetzt bohren. Das könnt ihr mit einem Forstnerbohrer freie Hand machen. Das funktioniert. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr nicht zu tief bohrt. Wenn ihr eine Ständerbohrmaschine habt, geht auch wunderbar. Könnt ihr sie dort bohren. Ich zeige euch gleich noch die dritte Variante mit der Schablone von Gregg. Was ihr für diese Schablone braucht, ist kein Mittelpunkt, sondern ein Mittelriss. Den zieht ihr euch entweder über diese Markierung, die ihr gemacht habt. Oder wenn ihr das mit der Blumenschablone macht, habt ihr keine Bohrung, aber ihr zieht euch diese Position als Riss auf eure Brettfläche. Diese Linien braucht ihr zum Positionieren dieser Gregg-Schablone. Die Schablone besteht aus zwei Teilen. Einmal der Schablone selbst und dieser Bohrkrone. Das ist ein Plastikteil. Da steckt der Bohrer drin und hier habt ihr einen Tiefenstopp. Das Ganze ist idiotensicher. Ihr könnt diesen Tiefenstopp nur an einer Position festmachen. Ihr könnt diese Bohrkrone nur an einer Position mit der Schablone arretieren. Da kann man im Prinzip nichts falsch machen. Das Einzige, was ihr einstellen müsst, ist der Abstand zur Kante hin. Das ist der Randabstand des Loches zur Türkante. Den gibt euch euer Hersteller der Scharniere vor. Ihr könnt damit aber auch das Spaltmaß beeinflussen. Macht am besten eine Probebohrung, probiert das Ganze aus. Dann seht ihr, welchen Abstand ihr braucht, wenn ihr euch nicht sicher seid. Bei meinen Scharnieren und bei meinem Abstand, den ich haben möchte, sind das 6 mm. Ihr spannt euch eure Tür auf der Werkbank fest. Die Schablone hat hier zwei Mittelmarkierungen. Eine davon legt ihr genau auf den Riss. Und dann klemmt ihr die Schablone fest. Wenn es geht, nehmt zwei Zwingen. Eine reicht in der Regel aus, aber zwei sind einfach sicherer. Jetzt spannt ihr diese komplette Bohrkrone in eure Bohrmaschine oder in den Akkuschrauber ein. Macht das per Bajonettverschluss an der Schablone fest. Das hält. Und jetzt wird gebohrt. Das war's. Das ist eure erste Bohrung für die Topfbänder. Das müsst ihr natürlich auf der anderen Seite auch noch machen. Ihr habt ja zwei Topfscharniere. Achtet immer darauf, besonders wenn ihr Rahmentüren macht und habt schmale Rahmen statt große Türen, dass ihr die Schablone an die richtige Stelle festmacht. Also immer an die Außenkante. Also immer an die Außenkante. Jetzt habt ihr eure beiden Bohrungen für die Topfscharniere. Die könnt ihr dann, wenn ihr wollt, schon montieren. Es geht auch ganz simpel. Ihr legt die Scharniere in die Bohrungen. Haltet sie mit einem Winkel gerade. Oder ihr habt ein ordentliches Augenmaß, dann könnt ihr euch den Winkel sparen. Dann nehmt ihr den Zentrierbohrer, setzt den in die Löcher in den Topfscharnieren, und körnt die Position für eure Befestigungsschrauben vor. Wirklich mit dem Zentrierbohrer nur ankörnen. Nicht tief reinbohren, sonst halten die Schrauben nicht. Der Zentrierbohrer hat jetzt den Vorteil, dass diese kleinen Bohrungen genau in der Mitte von diesen Löchern im Topfscharnier sind. Wenn ihr die Schrauben festzieht, bleibt das Scharnier genau in Position. Dann schraubt ihr eure Scharniere fest. Eure Montageplatten schraubt ihr auch fest. Jetzt könnt ihr die Scharniere einhängen. Und fertig. Solltet ihr zwischen den Scharnierbohrungen und den Bohrungen der Montageplatten aus irgendeinem Grund einen leichten Versatz haben, und ein Scharnier lässt sich nicht einhängen, oder ihr habt mehrere Scharniere bei großen Türen, dann wird das Einhängen immer schwieriger. Dann lockert diese Schrauben hier, die Befestigungsschrauben. Nur lockern, nichts rausschrauben. Dann klipst ihr eure Topfbänder auf. Dabei zieht sich diese Montageplatte genau in die richtige Position. Und dann dreht ihr die Schrauben wieder fest. Und das ist das ganze Geheimnis von Lochreihen und Topfbändern. Wie ihr seht, ganz simpel, wenn man die richtigen Schablonen verwendet. Die Schablonen, die ich euch gezeigt habe, liegen weit unter dem preislich, was ihr für ein Bohrsystem für die Oberfräse bezahlen würdet, oder auch für andere Bohrsysteme. Das ist wirklich eine günstige Lösung im Vergleich zu anderen. Wir reden immer noch mit allem drum und dran von etwa 80 Euro. Aber es funktioniert. Es funktioniert einfach. Ihr habt keine Rüstzeiten oder so gut wie keine. Es funktioniert in allen Situationen, ohne dass ihr wirklich teure Systeme braucht. Und es funktioniert meiner Meinung nach wesentlich fehlertoleranter als andere Systeme. Ihr müsst euch noch nicht jedes Mal wieder neu reindenken. Wie war das nochmal? Wie funktioniert das System? Wie muss ich das einrichten? Es ist simpel. Genau das, was ich euch jetzt gezeigt habe, mache ich auch in meinen Kursen so. Das heißt, ganz viele Kursteilnehmer, die bei mir schon im Kurs waren, haben genau diese Methode bei mir gelernt und sind damit wunderbar klargekommen, auf Anhieb klargekommen. In den etwa fünf bis sechs Jahren, wo ich dieses System so oder ähnlich in meinen Kursen verwende, hat noch nie ein Kursteilnehmer einen Schrank, eine Schrankseite oder eine Tür komplett verbohrt, dass sie unbrauchbar war. Es hat immer funktioniert. Dann wisst ihr, wie sicher dieses System funktioniert. Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ihr wisst, ich mache keine Werbung für andere Firmen. Wenn ich Werbung mache, dann für mich selbst, für meine Dienstleistung, für meine Kurse. Es gibt bis zum Jahresende noch einige freie Plätze in meinen Kursen, eigentlich in allen Themenbereichen. Ich verlinke euch den Kurskalender, da habt ihr immer die aktuelle Übersicht, welche Kurse wann stattfinden. Könnt mal schauen, ob das für euch passt, ob ihr an einem Kurs Interesse habt. Wenn euch die Anfahrt zu weit ist, euch das Ganze zu teuer ist, ein solcher Kurs, obwohl er auf jeden Fall sein Geld wert ist, gar keine Frage, dann schaut euch mal meine Online-Kurse an. Da könnt ihr von zu Hause aus hochwertiges Wissen per Video konsumieren. Wann ihr wollt, wie viel ihr wollt, habe ich euch alles verlinkt. Generell der Hinweis, schaut bei meinen Videos immer in die Videobeschreibung. Ich verlinke euch da nicht nur meine Online-Kurse und Kurstermine, sondern ganz oft auch noch Artikel, die ich für die Zeitschaft Holzwerken auf dem Blog geschrieben habe, auf meinem Blog geschrieben habe. Da bekommt ihr immer noch weiteres Hintergrundwissen zu den Themen, in denen ich im Video rede. Ja, und das war es schon wieder. Es ist wieder Freitag, die Woche ist zu Ende. Ich wünsche euch ein hervorragendes Wochenende in eurer Werkstatt. Hoffentlich. Oder geht raus, genießt das Wetter, wie auch immer. Wir sehen uns dann nächste Woche Freitag wieder.